Moin Leute, wir müssen uns hier eine Brücke, also, shit, moin Leute, hallo, willkommen, müssen wir hier überhaupt lang, warte mal, ja. Äh, der Pfad, der Pfad, der Pfad, der Pfad, nein, nix gut, dann muss ich gleich mein Ladekabel holen, das ist immer irgendwas, ne, so, erstmal schön, dass ihr dabei seid, wieder dabei seid, oder, dass ihr hier seid, hallo, so, auf geht's, wir klimmen hier, diesen Container, und müssen kommen zum Leuchtturm, da oben links steht's auch, dass alle die nicht lesen können, also, dass alle die lesen können, ähm, was ist das hier, das sieht mir jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, wenn ich jetzt hier runtergehe, was passiert? Konzentrieren Sie sich auf den Leuchtturm, wenn Sie ihn erreichen, finden Sie die Hilfe. Es wird hier immer verrückter sehen. Ja, das ist doch, sie kämpfen an sich selbst, die Landschaft reflektiert, wie sie kamen, aber jeder Schritt bringt Sie näher. Wenn Sie durchhalten, können Sie die Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Okay, haben wir eigentlich noch den Klicker dabei? Ich gehe jetzt einfach mal von aus, oder haben wir den bei dem... Jetzt, da ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wurde die Umgebung wilder und seltsamer. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Hm? Ähm, so als wenn sie das vorher getan hätte in die Umgebung, die hat sich natürlich... Äh, oh, das war knapp. Ja, die sind mir eine riesengroße Hilfe. Okay, so. Kann man machen, kann man machen. Ähm, wenn sie nicht alle runterfallen würden. Hallo, ey, Leute! Ich werde noch mehr. Züb mal hier. Ungeliebte Kind des Ellen Rakes. Guck mal. Wie er die Taschenlampe auch da vorne am Griff hält. Äh, lustig. Sieht nice aus. War mir nie aufgefallen. Hm, hm, hm. Hm, wie macht das hier? Okay, da hält das hier auch so drunter. Ja, alles klaro. Es geht weiter. Okay, da können wir noch eine Rolle holen. Äh. Ja, bringt natürlich nichts, ne? Wenn die nicht explodieren. Ah, wenn die auf die treffen, explodieren die auch. Ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Okay. Okay, also ich denke mal, wir müssen hier lang. Ah, ah, okay, okay, okay. Das heißt, da runterspringen hätte jetzt eh keinen Sinn gemacht. This makes no sense. Das macht keinen Sinn. So, genug. Das ist geil. Braucht mehr Rollen. Na gut, die müssen wir dann wohl so ausschalten. Aber das ist kein Problem. Wir sind geübte Revolverhelden. Straight Outer Compton, ne? Hm. Vielleicht lassen wir die Taschenlampe sich mal regenerieren. Obwohl, das geht relativ schnell. Gehen wir hier oben lang. Okay, nichts provozieren. Glaub nicht, dass hier noch jemand kommt. Außer vielleicht Ellen Wake. Ja, hier ist irgendwie nichts zum Einsammeln, ne? Videospiele sollten wir ja sammeln. Aber ich habe sie auch noch nicht gehört wieder. Tools. Okay. Oh, warte. Warte, warte. Oh. Oh, der wollte sich in den Selbstmord stürzen. Und hier auch. Rotflintenmoni. Okay. Haben wir Revolver auch. Super das. Super. Ja, wie ihr seht, ich habe es jetzt mal so langsam mit dem Greenscreen in den Griff gekriegt. Nach knapp 40 Folgen. Was war das jetzt? Äh. Oh. Loch. Fireworks. Wir haben Leuchtfackeln voll. Wie ist das geil? Wir können also eine... Du Heiliger. Ach, du Heiliger. Das wird ja super. Das wird ja super. Okay. Okay. Was wäre denn jetzt, wenn wir hier reinspringen? Ich glaube, dann sterben wir, ne? Naja. Wir versuchen es mal lieber nicht. Wir nehmen ein bisschen Feuerwerk mit. Also Leuchtfackeln. So. Hier ist ein schönes Licht gewesen. Und hier hinten erwartet uns ein... Kein Videospiel. Glaube ich nicht. Was soll das? Naja, gut. Was für ein scheiß Einkaufswagen. Mutwillig umgestoßen habe ich ihn. Hier hoch. Muss gut hören. Ob hier irgendwo was versteckt ist? Ja, die Geräusche sind jetzt nicht so der Hit gerade. Hm. Ja, hier runterfallen. Ist auch mega geil. Ja, da habe ich ja Bock drauf. Ju, hey. Was zur Hölle? Todeserschrocken, Alter. Wo kommt der denn her von hinten jetzt, ey? Ey. Einen Moment. Äh. Warte mal. Nur Problems heute. Nur Problems. So. Okay. Also. Ah, da ist er doch. Moin. Kein Blöd. Komm doch her, wenn du dich traust. Achso. Voller. Voller. Und machen halt Blöd mal eben weg da. Naja, gut. Er wird schon kommen, wenn er was will. Er wird schon kommen, wenn er was möchte. Was möchten sie denn, junger Mann? Kann ich ihm vielleicht behilflich sein? Hallo. Hier. Nimm das. Und ein bisschen Licht. Für die Geschichte. So. Jetzt haben wir dich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Nachladen bitte. Okay. Ich glaube, wir suchen aber erstmal hier die Tunnelage ab. Hm. Wir wollen Videospiele. Wir sind doch YouTubers. YouTubers. So. Warte mal. Nee, nix zu hören. Okay, da geht es wahrscheinlich weiter. Dann gehen wir nochmal wieder zurück. Ein Stück zurück. Das ist verzückt. Oh, hier lang. Gehen wir nochmal da gucken, wo unser großer Freund hierher gekommen ist. Kommen wir hier wieder zurück? Ja. Okay. Er war hier quasi in diesen Räumlichkeiten eingesperrt. Na gut. Dann wollen wir mal weiter gehen. Durch dieses Girmes-Grusel-Kabinett. Hallo. Ladies. Gentlemen. Okay. Ich geh mal hier lang, weil hier liegt so eine schöne Matratze. die uns nichts bringt. Kommen wir da denn nochmal hin? Ja. Wahrscheinlich ja. Okay. Wake musste durch ein Labyrinth laufen. Sinnlos im Kreis rennen, ohne anzukommen. Sein Leben im Kleid. Es war nützlos. Okay. Der Typ macht mir echt Angst. So. Warte mal. Was haben wir hier? Was ist das? Jetzt dreht sich die Hütte wieder, ne? Oder? Oder was passiert hier? Ich... Gar keine Ahnung. Ja, die dreht sich. Wie in so einem Hamsterrad. Aber... Ähm... Okay. Ich habe Angst, dass wir etwas verpassen. Wie ein Videospiel. Zum Beispiel. Könnte man auch. Ja. Fernsehen. Ein Pfeil. Ich habe nichts gesehen. Na gut. Wie denkt sich denn sowas aus, Leute? Ach, krass. Lustig. Echt gut gemacht. So. Und jetzt? Wer sind sie? Okay. Ich will nochmal zurückgehen. Einfach nur, um nochmal sicher zu gehen. Ich glaube, allzu weit kommen wir auch gar nicht zurück. Wir hätten doch schon ein Spiel finden müssen. Jetzt mal... Okay. Weiter geht es nicht. Na gut. Dann... Gehen wir mal weiter. Und springen ins kühle Nass. Tschüss. Okay. Weiter geht die wilde Fahrt. Geh doch hoch. Wo geht es jetzt lang? Wo dreht sich das jetzt? Ah ja. Jetzt. Jetzt. Nö. Alles gut. Oh, schöner Fisch. Hier ist nichts. Ewig. Ja. Ich habe hier ein bisschen Licht, aber ich kann das nicht abgeben. Brauche ich nämlich auch. Ein alter Freund. Der kriminelle Typ. Äh. Okay. Ja. Wir laufen mit. Ja. Okay. Alles klar. Da wird wohl nichts mehr sein. Nichts zu finden ist. Ich glaube das ja irgendwie nicht. So. Ja. Genau. So muss das sein. Ähm. Müssen wir in langen. Wake. Hier oben. Okay. Entschuldigung. Die Nase hat gejuckert. Und hier kommen wir, ne? Ja. Ich glaube ja. Jetzt geht's. Why? Sollten wir da nicht hin? Wir sind von da gekommen. Also müssen wir doch hier runter. Wo ist jetzt das Problem? Ähm. Achso. Warte mal. Wir müssen warten. Oder hier lang. Ja? Nee. Doch. Nein. Das heißt, wir kommen nicht mehr zurück. Na lang? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab einfach keinen Plan. Gut. Dann gehen wir mal da lang. Das ist jetzt mit ein bisschen Wartezeit verbunden. Das ist wie im Heidepark. Wenn man in irgendeinem Karussell will. Muss man auch erstmal anstehen, ne? Ist ja hier nicht, äh. Nicht umsonst. Okay. Hier rein, nehm ich an. Dann stellen wir uns mal hier hin. Also ist ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Gehen wir da schon rüber? Okay, beruhig dich hin. Beruhig dich. Ja. Alles klar. Hier durch. Sag jetzt nicht, wir sind... ...im selben Raum wieder. Alles klar. Wir müssen hier durch. Dann... ...müssen wir es so machen, dass wir hier stehen. Dann da stehen. Und dann rüber. Und dann können wir da ja laufen. Irgendwie. So der Plan. So. Oh ja. Lass mal warten. Das hier ist doch der Raum. Genau. Das ist ja Klickerraum, ne? So. Dann warten wir hier. Dass wir da nämlich durch können. Siehste? 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 Wenn ich jetzt reinspringe... ...fliegen wir durch und sterben. Und so stehen wir gleich hier. So wie jetzt. Halb. Boah, geiler Move, alter. Michael Jackson lebt, oder? So. Und jetzt durch. Ich konnte jetzt nicht gucken, ob da was ist. Hallo? Ist doch hier rein. Oder nicht? Warte. Spiel. Ah. Ah. Durch die Drehung geht erst die Tür auf. Hätte ich mir auch denken können, ne? Da war der Klicker drin. Und hier. Die geht auf. Es wird aber soweit nichts benutzen. Ein Aufzug? Hier, weg mit dem... War noch nicht. War noch nicht. War noch nicht. Jetzt ist Ruhe. Ich will nochmal in den Klickerraum. Geht nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Nächster Halt. Verstand. Sie schlagen sich tapfer. Weiter so. Machen wir. Es ist schwer, diesen Ort zu verstehen. Das ist ein Traum. Ein riesiger Ort, der völlig fremdartige Kräfte und Wesen beheimatet. Das ist dunkel. Ja. Ich weiß nicht, was nach ihrer letzten Begegnung damit passierte. Gibt es einen Weg hier raus? Manchmal können Übertragungen zwischen den Welten verschickt werden. Sie haben es selbst getan. Aber den dunklen Ort verlassen? Ich weiß keinen Weg. Ding. Die Aufzug packt. Nee. Ducky's Tankstelle. Ja. Schön. Ich erinnere mich. Eine weitere, real gewordene Erinnerung. Wade würde es nie schaffen. Der Wahnsinn um ihn war bereits ein Teil von ihm. In ihm, in seinen Taten. Er konnte unmöglich gewinnen. Er wollte es nicht mal. Jagd gewährleisten wir, glaube ich, hier. Oder nicht? Nehmen wir es mit? Lassen wir es hier? Nehmen wir es mit? Lassen wir es hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist nicht so viel Muni. Das macht mehr Damage, ne? Komm, wir nehmen es mit. Scheiß drauf. So. Geladen ist es. Was erwartet uns jetzt hier? Wenigstens war der Leuchtturm jetzt viel näher. Ja. Ich müsste irgendwie dorthin aufkommen. Oh, oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber egal. Ne, noch nicht Boom machen. Okay, es ist überall Boom. Das ist scheiße. Das macht mir doch ein bisschen Angst. Okay, komm. Wir laufen mal ein bisschen. Ja. Okay. Hier sind es ein paar weggemacht. Ja, ha, ha, ha. Freundchen, hast du so gedacht, ne? Aber hier, den kannst du haben. Okay. Oh, jetzt haben wir aber zwei Booms weggemacht. Okay. Na klar, hinter mir. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Aber explodiert hier alles. Okay. Da haben wir ordentlich was weggesprengt und da können wir auch lang. So ist die Frage, kommen jetzt hier noch welche? Ich würde gerne sonst nochmal eben gucken, nach einem Videospiel. Ich bin gar nicht zu weit weg. Ja, alles klar. Damit hat sich das erledigt. Die Frage. Und nochmal ausgewichen. War wohl nichts. Westerherz. Und schnell, 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 schnell ins Licht. Ja, 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 ja. Ah, hast du gegen den Zaun geworfen, ne? Vollidiot. Okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Was ist das? Was ist das? Wire. Reload. Was hier runtergepurzelt. Okay. Wire. Wir gucken mal. Bridge. Wire. Wir verlegen das Stromkabel zur Brücke. Aha. Okay, okay. Ah ja. Oh mein Gott. Wie viele. Muss das denn immer sein? Nachladen weg. Drei. Nachladen. Was wollte er hier für einen Tanz machen? Was geht mit dir, Bruder? Nicht mehr normal. Okay. So, wir müssen hier auch einen kleinen Break machen. Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich hätte es schon fast vergessen. Gerade mal so drauf geschielt. Dass wir ein bisschen Überlänge haben. Ja, wir sehen uns nächste Folge, Leute. Bleibt dran. Tschüss. trois sauve. 행